So Leute, vorhin hatten wir hier ein bisschen, naja, bei Quapel, jetzt machen wir Pedicam. Keine Ahnung, das war irgendwo, was ich jetzt gerade durchgelesen habe, medizinische Zwecke sein. Natürlich fällt unser Rausschiff mal wieder. Okay, medizinische Zwecke, irgendwas und wie es aussieht, müssen wir wieder bar hinten hin. Und können wir natürlich nicht selber bauen, ne, es ist immer wieder schön. Oh, Fleasion. Ähm, ja. Ich bräuchte trotzdem mal, lange um Luft. Ich mag das eigentlich gar nicht wie ich selber wohnen darf. weil sie da über halben planeten hier steuern ich will dich aber sterben lassen aber nö ich will dich aber sterben Also mal guckt wo was hier sein könnte, ich mag nicht mehr was hier bauen, weil hier noch nichts Hier ist gar nichts aus, naja Hier wird sehr viel gebracht Ich kann mir raten, hier unten gibt es wieder Oh, viele rote Pülse Hier soll man nach oben werfen Oh was, oh wie, oh, wett, 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 wett mal gucken hier nochmal ganz einfach weg weg wo kann der nächste superautomat hin ja wirklich hier haben ja nicht viel geschafft wir müssen erst mal hier durch die ganze gegend galoppieren haben wir nicht mehr aufpassen Wir haben hier schon mal ein bisschen was. Wir haben hier schon mal ein bisschen was. Wir brauchen erstmal alles hier rein. Die Plätze hatten wir glaube ich schon. Noch mal einmal hier so ein. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020